Sag mal, sind da gerade drei Frauen in dein Schlafzimmer hochgegangen? Ja, ja, das wird der Knaller. Tochter, Mutter und Großmutter. Aber die Großmutter sah aus wie 40. 39, um genau zu sein. Aber Straßenrand sah sie jünger aus. Und wieso sitzt du dann auch hier rum und guckst Fernsehen? Na, vorher guck ich noch Switch Reloaded. Oh. Oh Mann, eine Vorladung. Warum? Warum geht's? Erinnerst du dich an diese Fiona? Fiona, Fiona, Fiona. Ach, du meinst die, deren großer Bruder mal nachts vor der Tür stand? Hm, da hatte ich Angst. Charlie, ihr großer Bruder war 17. Egal, jedenfalls behauptet diese Fiona, ich hätte sie geschlagen und brutal vergewaltigt. Das kann doch gar nicht stimmen. Du vergewaltigst doch erst und schlägst dann. Eben. 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 Vielen Dank.